In diesem Video möchten wir ein paar weihnachtliche Mods und Grundstücke für Die Sims 4 vorstellen, die ihr unbedingt in euer Spiel hinzufügen solltet. Außerdem haben wir ebenfalls ein neues Weihnachtsgewinnspiel für euch, mehr dazu am Ende des Videos. Zuallererst möchten wir euch zwei tolle Häuser vorstellen, die wir in der Galerie gefunden haben. Das erste Häuschen passt perfekt auf ein 20x20 Felder großes Grundstück und hat genügend Platz für ein kleines Pärchen. Wir finden die Außenbeleuchtung mit den Kerzen besonders gelungen, auch die äußere Architektur erinnert doch direkt an eine gemütliche Hütte, in der man Weihnachten verbringen will. Die Inneneinrichtung ist hier hauptsächlich in grün und rot gehalten und passt perfekt zum allgemeinen bunten Stil des Hauses. Als nächstes haben wir dieses Haus für euch, in dem ihr eine kleine Familie mit zwei Kindern unterbringen könnt. Der Garten hat eine große Schlittschuhbahn sowie eine Feuerstelle zu bieten. Oben hat das Häuschen ein kleines Atelier zum Kreativwerden. Auch dieses Grundstück wurde perfekt auf Weihnachten eingerichtet, welches ihr euch unbedingt herunterladen solltet. Die Modderin The Kalino hat in ihrem Adventskalender seit Anfang Dezember eine Menge an verschiedenen Weihnachtsinhalten veröffentlicht, die ihr euch ebenfalls anschauen solltet. Unter anderem hat sie einige coole Deko-Objekte wie ein Iglu, ein Schlitten, Tierbetten und Rentierdeko erstellt und eine Menge an verschiedenen Accessoires wie warme Winterklamotten oder Hüte für eure Sims stehen ebenfalls bereit. Wir haben euch den Tumblr-Account in der Beschreibung verlinkt, wo ihr euch alle Objekte herunterladen könnt. Aktuell läuft ebenfalls noch ein neuer Origin-Sale, bei dem ihr alle Erweiterungen für 50 Prozent, alle Gameplay-Packs für 25 Prozent und Accessoire-Packs für 40 Prozent weniger bekommen könnt. Das The Sims 4 Basisspiel steht hier ebenfalls für unschlagbare 10 Euro bereit, falls ihr dieses an Freunde verschenken wollt. Ihr könnt euch aber Zeit lassen, die Aktion läuft noch bis zum 11. Januar um 19 Uhr. Kommen wir jetzt zu unserem Weihnachtsgewinnspiel. Wir verlosen einmal ein Pack für The Sims 4, welches könnt ihr euch frei aussuchen. Alles was ihr dafür tun müsst, ist unseren Kanal abonniert zu haben und einen Kommentar dazu lassen, wie ihr Weihnachten dieses Jahr verbringt und natürlich welches Pack ihr euch wünscht. Am 29. Dezember werden wir dann den Gewinner in den Kommentaren benachrichtigen. Alles weitere klären wir dann per Privatnachricht. Wir wünschen allen Teilnehmern natürlich viel Glück und euch allen noch eine schöne Weihnachtszeit. Also dann bis zum nächsten Video.